Ananas kennen wir ja. Thema Südfrüchte. Erstmal, woran erkennt man den Reifgrad? Einen richtig guten. Und zwar ganz einfach, indem man oben einfach mal versucht, ein, zwei Blätter rauszuziehen. Wenn das sich relativ einfach rauslösen lässt, dann sind die reif. Wie schneiden wir die auf? Es gibt auch so einen Ananasschneider. Gut, hat man wieder irgendwie ein Gerät zusätzlich, halt eben im Küchenschrank. Man schneidet oben ab und unten ab. Dann kann man das nämlich ganz einfach auch hinstellen. Und dann geht man halt hier einfach einfach nur so runter. Und dann werden wir sie gleich aber noch weiter aufschneiden. Weil die Ananas hat ja so einen gewissen Strunk, wie wir in der Küche sagen. Und den kann man dann hier so sehen. Haben wir alle schon mal gesehen. Ja, ungefähr fingerdick. Und dann wird es eigentlich relativ einfach. Ups, jetzt verabschiedet sich das hier. Ja, die ist recht saftig. Deshalb würde die sonst hier nicht wegglitschen. Das bleibt jetzt hier übrig. Das wollen wir nicht. Das ist hart und holzig. Man kann dann nochmal ein bisschen nacharbeiten, halt, indem man das hier nochmal wegschneidet. Und dann kann man sich überlegen, wie man das halt eben aufschneiden möchte. Ob irgendwie als Streifen. Hier so. Und dann kann man das auch schön mal hinlegen zu einer Kugel Vanilleeis. Oder in Pancakes einarbeiten. Oder einfach nur sagen, ja gar. Mh. Kärftig. Sehr schön. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020